Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Nusssoße aus Ligurien. Nusssoße aus Ligurien-Eite, Salsa Dainoji, ist ein Rezept aus dem Nordwesten Italiens, hier erstreckt sich Ligurien um den Golf von Genua. Für eine Portion werden folgende Zutaten benötigt. 150 Gramm Walnusskerne 5 Esslöffel Weißbrotkume ohne Rinde 5 Esslöffel Buttermilch 5 Esslöffel Olivenöl Typ Vergine Salz Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer Folgende Utensilien werden benötigt. Mörser mit Stößel Feinsieb Schüssel Zubereitung Traditionelle Version Weißbrotscheiben von ihrer Rinde mit einem Messer befreien, grob zerkleinern, 5 Esslöffel entnehmen, kurz in kaltem Wasser einweichen und sehr gut ausdrücken. Die Walnusskerne kurz in kochendem Wasser blanchieren und in kaltem Wasser abschrecken. Die Haut von den Kernen abziehen. Die Kerne und das Brot mit Salz in einem Mörser zu einer Paste rühren und stampfen. Mit Pfeffer würzen Die Paste durch ein Feinsieb streichen. Löffelweise Öl und Buttermilch der Soße zugeben. Abschmecken und eventuell nachwürzen. Schnelle Version Alle Zutaten in einen Mixer geben und gut zerkleinern lassen. Die Paste durch ein Feinsieb streichen. Abschmecken und eventuell nachwürzen. Soße zu Diversen mit Käse gefüllte Ravioli Tortellini Diese Varianten gibt es. Statt Walnusskerne Pinienkerne verwenden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Etwa WOMAN Soße demain ZUAN ZUAN